Ohne geht's halt nicht. Also ohne kreativen Output geht es halt sehr schlecht, weil man dann irgendwie so krank wird oder so. Ich kann das dann irgendwie nicht so gut erklären. Das ist halt so wie, wenn man immer nur schlechtes Essen isst oder so, dann wird man krank. Das ist so wie Nahrung, mehr oder weniger. Ich bin Vrinka Budimlia, ich bin Malerin. Man hat etwas in sich, was vielleicht noch nicht sichtbar ist. Und dann alles, jede Faser des eigenen Körpers schreit danach, das irgendwie zu offenbaren und zu manifestieren und zu zeigen. Und dieser Prozess ist ein bisschen strange für einen selbst, für die anderen. Und das muss man irgendwie aushalten. Aber man hält das aus, weil man nicht anders kann. Zum Beispiel hatte ich halt diese riesengroße weiße Leinwand mir aufgehangen, so knappe vier Meter. Und dann fing ich an nachzudenken. Oh mein Gott, das ist so eine große Leinwand. Das muss was ganz Tolles jetzt werden. Und dann kam auch die Angst und kamen die Zweifel. Und dann war ich total gehemmt. Aber ich kenne das schon. Dann konnte ich dann, da war ich nicht lange gehemmt, sondern habe gesagt, nee, jetzt musst du einfach irgendwas, glaube ich mir. Damit der Anfang getan ist. Und dann siehst du, irgendwann mal siehst du was da drin. Und dann kannst du weiter. Und wenn es dann schlecht ist, dann hast du 100 Euro Leinwand in den Müll geworfen. Wenn man immer nur nachdenkt, dann passiert auch nichts Kreatives. Man muss es wagen. Man muss wagen, einen Fehler zu machen, sich lächerlich zu machen, auch ein bisschen doof dazustehen für eine gewisse Zeit. Bis es dann irgendwann mal wird. Also dann muss man natürlich immer weiter dran arbeiten. Und sich entspannen. Und auch mal zurücknehmen und gucken. Und frisch immer versuchen zu frisch zu sein mit den Sachen. Und nicht zu viel nachzudenken. Wenn man zu viel nachdenkt, macht man dann auch diesen Prozess irgendwie kaputt. Was mich halt besonders inspiriert sind Gesichter. Und ich bin ja auch sehr gerne Porträtistin. Das ist etwas, was ich immer wieder sehr, sehr spannend finde. Also so eine bestimmte Verlaufslinie. Wenn jetzt der Kopf so oder so oder so geneigt ist. Wenn so eine Dynamik irgendwo oder so. Manchmal sehe ich auch Linien, wo es halt keine gibt. Ich versuche mich jetzt auch mal von diesem ganz strengen Realismus irgendwie zu entfernen. Und dann will ich dem auch mehr Ausdruck verleihen. Das, was ich sehe in Gesichtern, was vielleicht nicht wirklich da ist. Das ist etwas, was mich antreibt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.